Die Bündchengruppe ist ein regionales Handelsunternehmen hier in Nordwestdeutschland. Unser Stammsitz ist in Leer. Wir haben ca. 12.500 Mitarbeiter und bekannt sind wir durch unsere Vertriebsschienen Kombi, Famila und Markant. Das Thema ESL kam im Jahr 2017 auf, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie wir die Prozessabläufe in den Märkten optimieren konnten. Es ging hauptsächlich immer wieder darum, wie schaffen wir es, wie immer wiederkehrende regelmäßige Tätigkeiten in den Märkten zu digitalisieren. Für unseren Standort in Sieke haben wir uns entschieden, da wir einen Markt komplett auf den neuesten Standard gesetzt haben, neue Techniken eingeführt haben. Daher war es für uns eine logische Konsequenz, hier auch die elektronischen Regaletiketten einzuführen. Wir haben durchweg eine positive Resonanz unserer Kunden erfahren. Unsere Mitarbeiter auf der Fläche sind dem ganzen Projekt so positiv gegenüber, da sie halt das Ergebnis sofort zu spüren bekommen. Wir haben eine Zweifachwerbung pro Woche, die jetzt durch die Mitarbeiter natürlich auf elektronischen Wege durchgeführt wird und eine immense Zeitersparnis. Durch die Zeitersparnis können wir unsere Kunden natürlich besser bedienen, die Regale besser einräumen und auch mehr Zeit für die Personaleinsatzplanung. Seit den ESL-Etiketten haben wir keine Preisprobleme. Das heißt, die Zusammenarbeit mit den ESL-Etiketten und den Kasseninformationen läuft auch hervorragend. Gestartet sind wir mit der Software Sys von SULUM. Damals war bereits AIMS in Aussicht. Wir wollten allerdings einfach mal starten und schauen, wie sich Electronic Shelf Level bei uns in den Märkten verhält. Uns war wichtig an AIMS, dass es eine zentrale Komponente hat, sodass wir die entsprechende Rechenkapazität bei uns im Rechenzentrum zur Verfügung stellen können und nicht in allen Märkten noch zusätzliche Rechner aufbauen müssen, um die ESLs zu versorgen. Und mit der jetzigen Architektur in AIMS ist es so, dass wir in den Märkten nur noch Gateways installieren und die dann aus der Zentrale komplett versorgen. Die Einführung der elektronischen Regaletiketten war technologisch gesehen eher einfach. Die Installation ist geradlinig, die Technologie ist gut beherrschbar für IT-Leute. Wir sind jetzt mittlerweile, haben wir 25 Märkte installiert. Wir sind komplett angekommen in der ESL-Welt. Wir versuchen oder haben es jetzt mittlerweile geschafft, dass es ein Standardprodukt ist. Wir als IT haben im Vorfeld sehr viel diese Role-Outs begleitet. Mittlerweile fährt die IT immer mehr zurück. Das heißt also, wie früher bei normalen Etiketten macht der Markt oder der Vertrieb das mittlerweile selber und stattet diese Märkte mit elektronischen Regaletiketten aus. Der aktuelle Status bezüglich ESL bei Bünding ist, dass das Projekt weiterhin ausgebaut wird. Verschiedene neue Aspekte dazukommen. Wir stetig lernen und weitere Innovationen in diesem Bereich einführen möchten. 06.00 Uhr Verschiedene neue Aspekte 06.03.2018 06.30 wird es für ein System abgesetzt zu machen. 06.00 Uhr 06.01 Uhr 06.02.2018 06.03.2018 07.05.2018 06.01.2018 06.05.2018 Vielen Dank.